Die Sammelproben befinden sich im Charakterbogen im Talente-Tab ganz unten. Dort kann ich für den jeweiligen Charakter im Bogen eine neue Sammelprobe anlegen über das Plus, dann hier in das Bearbeiten Feld reingehen, eine Beschreibung festlegen und als letztes die Details festlegen. Erlaubte Proben, davon schon gewürfelte Proben, wenn ich das vorbelegen möchte, dann sagen, welchem Intervall die einzelne Probe abgelegt wird, also wie lange eine einzelne Probe dauert, welche gesammelte QS schon erreicht wurden, gescheiterte Proben, die schon drin sind, einen Modifikator für die einzelnen Proben festlegen und dann als allerletztes bis zu drei Talente in die jeweilige Probe hineingeben, die dann von dem Charakter gewürfelt werden müssen, um diesen Status, diese 10 QS zu erreichen. Habe ich das gemacht und gespeichert, kann ich hier mit einem Klick auf den Würfel die Probe auslösen und sehe direkt im Chat, wie meine Probe verlaufen ist und diese Chatkarte wird immer wieder nach unten gepostet. Will ich im Nachhinein das Ergebnis oder den bisherigen Stand noch in den Chat posten, habe ich diesen Button hier, der auch über das Editieren zu erreichen ist. Als Spielleiter kann ich unter Items, Create Items, über den Typ Sammelprobe einzelne Sammelproben vorbereiten und sobald es dann zu der Sammelprobe kommt, diese in den Charakter ziehen, sodass der Charakter direkt die Sammelprobe zur Verfügung hat und selber drauf würfeln kann.